Es ist kein menschliches Wesen. Es ist ein Schandfleck der Natur. Ich wurde zwölf Jahre lang gefangen gehalten. Korban 2 ist ausgebrochen. Sie muss hier irgendwo sein. Jetzt... Keine Bewegung! ...jagen Menschen die Dükkaner und Vampire. Dies ist ein neuer Krieg. Ich kenne die Geschichten über die Todeshändler. Sie gehören der Vergangenheit an und werden nie zurückkehren. Ich erkenne die Welt nicht wieder. Jahrelang waren wir in Sicherheit und jetzt hast du die Menschen in den Orden gebracht. Wir halten durch und wir kämpfen! Dükkaner! Da ist noch etwas ausgebrochen. Was immer es ist, es ist viel mächtiger als jeder von uns. Michael! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020